So Leute, sind wir auch schon bei der ersten legendären Aufgabe, nämlich Fügel Schaden mit Zwillingspistolen zu. Wo bekommen wir diese Zwillingspistolen her? Richtig, wir bekommen die hier beim alten Holzfällerlager, wo auch jetzt der Dorr-Bürger mit drin ist. Und da einfach zum NPC hingehen oder aber ihr habt das Glück und habt halt eine Kiste gefunden, wo ihr eben diese Pistole finden könnt. Das ist natürlich eher unwahrscheinlicher, also gehen wir einfach hier hin, holen uns das Ganze natürlich in Gruppenkeile-Modus, weil da können wir natürlich auch am meisten Munitionen, wir können uns immer wieder beleben. Aber wir müssen natürlich auch reichlich Gold haben, nämlich die kostet alleine 500 Gold. Oder aber ihr macht es zusammen mit einem Teammate und holt euch einfach zusammen, wenn man die Waffen, falls einer kein Gold mehr hat. Das ist halt so ein kleiner Tipp. Jetzt natürlich mit der Waffe müssen wir halt, wie gesagt, allein schon hier, ach hier kommt schon der Gegner. Warte mal gucken, ob ich es direkt zeigen kann. Zack, da haben wir schon den ersten Schaden. Ja, er will sich eigentlich nur die Waffe holen, ist mir bewusst. Aber ich brauche den Schaden. Tut mir natürlich auch ein bisschen leid für ihn. Aber wir können uns das Ganze jetzt mal ganz simpel, warte, er gibt sich auch die Waffe holen. Das geht so nicht. Hier muss die Wand offen sein. So, ihr seht schon, 129 Schaden gemacht. Also ganz simpel. Ihr könnt natürlich auch einfach hier hoffen, dass noch mehr Gegner kommen. Aber, wie gesagt, macht das Ganze am besten im Team. Also in Gruppenkeile, weil, wie gesagt, ihr könnt euch immer wieder wieder beleben. Und so könnt ihr die Aufgabe halt ganz easy abschließen. Ihr habt ja jetzt schon gesehen, zwei Leute kamen jetzt schon. Mehr werden wahrscheinlich nicht mehr hier jetzt vorbeikommen, weil sonst wären sie wahrscheinlich auch schon da. Aber ihr seht schon, 2-0, wer die gilt, macht natürlich ich. Und wenn ihr das Ganze hier unterstützen wollt, natürlich gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, mach ich für euch die nächsten Aufgaben und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. tennis